Hi, ich bin Frederike und wir befinden uns hier heute im Haus der Ruhr. Hier findet heute das Sommerfest statt, aber davor beginnen wir erstmal mit dem Azubi-Tag. Bei dem Azubi-Tag heute soll es darum gehen, dass unsere Auszubildenden sich hier in der Hane Holding noch besser kennenlernen, dass sie viele Informationen erhalten, zum Beispiel auch wie es nach der Ausbildung weitergehen kann und aber auch der Spaß nicht zu kurz kommt. An dem heutigen Event durchlaufen die Azubis unterschiedliche Stationen, zum Beispiel Dosenwerfen. Es geht nicht nur um sportliche Aktivitäten heute, sondern auch um viele wertvolle Informationen für unsere Auszubildenden. Kevin, welche Infos hast du für unsere Azubis mitgebracht? Heute möchte ich den Azubis die schönen Seite des ambulanten Dienstes zeigen. Dieses Jahr gab es eine Team-Challenge. Die Auszubildenden haben gegeneinander angetreten in verschiedenen Stationen und dafür verteile ich heute die Preise. Platz Nr. 3 geht an das Team Nr. 4. Für euch gibt es Tazellgutscheine vom Papier der Zolle. Auf dem ersten Platz ist das Team 2. Ihr habt einen Kino-Gutschein gewonnen für das Sinister Gabsen. . Untertitelung des ZDF, 2020